Hallo Leute und herzlich willkommen bei einem weiteren Fußball-Talk. Ja, es ist festlich heute, denn es ist Nikolaus. Ja, wir nehmen nämlich jetzt am Donnerstag auf und das ist der 6.12. Ja, der Bolty ist da, der Fabi ist da und der Tonno ist da. So, der Paffi ist nicht da, der ist verhindert. Das war der Fabi. Gut, dann können wir direkt loslegen. Samstag ist übrigens wieder Football-Manager-Multiplayer-Runde. FM 2019 in Italien. Samstag geht's, so habe ich mir sagen lassen, geht's dann auch los. Und heute Nacht, aber das bringt denen ja nichts, ne? Ja, das bringt ja nichts. Heute Nacht, da könnt ihr nochmal, wenn ihr das heute seht, könnt ihr auf Tonno's Kanal gehen und unter Videos klicken und da, oder auf Games on Air Live, oder? Games on Air Live TV. Ja, Games on Air Live TV. Ja, da könnt ihr auch drauf gehen, denn der Tonno berichtet über die, äh, Game Awards. Nein, über, äh, irgendwie Awards. Games in Game Awards. Die Game Awards. Ja. So, genug der Werbung, lass uns ein bisschen Fußball machen. Wobei, Fußball und Werbung geht ja Hand in Hand. So auch in Düsseldorf. Näh. Äh, Düsseldorf gegen Mainz, das war das Freitagsspiel. Ähm, und damit ich jetzt raus aus der Nummer. Aber der Fabian wird sagen, ja, ich, äh, ich, äh, Euro-Sportplayer. Der Bolti. Vielleicht haben wir Glück beim Bolti. Nein. Tonno. Ich habe ein Spiel gesehen. Ich habe ein Spiel gesehen. Ja. Düsseldorf Mainz. Nee. Sorry, Leute. Hat keiner gesehen. Ich habe nicht mal eine Zusammenfassung von dem Ding gesehen. Ich, ich kann da nichts, nichts, gar nichts sagen. Ich kann so nichts. Ja, da fehlt der Paffi. So, also. Ja. Das Freitagsspiel ist leider ausgefallen. Ähm, aber dann macht es ja immer noch ein Montagsspiel. Das machen wir nachher. Dann kommen wir zum Samstag. Ähm, da habe ich ein Spiel gesehen und, äh, Zusammenfassung. Stuttgart, äh, Augsburg habe ich nichts, nicht, nicht wirklich was gesehen. Äh, von allen anderen. Äh, Hannover Herd habe ich, ich kann mich nicht dran erinnern. Und, äh, der Rest, der Rest, zu dem Rest kann ich was sagen. Dann, dann, das, das geht dann klar. Machen wir mal Dortmund Freiburg. Steht hier auf meiner Liste, ähm, bei Samstag 15.30 an, äh, erster Stuttgart, äh, erster Stuttgart. Erster Stuttgart. Dortmund ist auch erster Platz. Ja, Dortmund Freiburg, äh, können wir ganz schnell machen, ne? Also, Streich hat noch nie gegen den BVGW gewonnen. Ja. Und, äh, da blieb auch so. Das Spiel endete 2-0. Äh, Freiburg hatte hier genau, äh, ich, möchte jetzt nicht lügen, aber ich glaube, außer diesem, äh, Freistoß, der da an die Latte ging, hatte Freiburg nichts offensiv in diesem Spiel, ähm, ich weiß gar nicht, ob sie offensiv was vorhatten. Das war wirklich wenig. Also, ich bin nicht davon ausgegangen, dass Freiburg da kommt und, äh, ein Offensivfeuerwerk in Dortmund, ähm, abfackelt. Äh, ich überlege gerade, ob es da irgendein Spiel Pyro gab, dann hätte ich da jetzt drüber geleitet. Nein. Ähm, ähm, das war wirklich gar nichts. Also, überhaupt nichts, muss ich an der Stelle sagen. Na, Dortmund, ähm, er zieht das 1-0 durch, äh, ein Elfmeter, durch Reus. Äh, gefoult wurde Jadon Sancho. Ich glaube, da müssen wir auch nicht groß diskutieren. Oder sagt jemand hier in der Runde, das war nix. Gut. Ähm, also für mich auch, äh, klarer Elfmeter. Ähm, ja, wie gesagt, Freiburg extrem harmlos. Ich glaube, ich weiß gar nicht mehr, ob das noch eine Fünferkette war. Oder schon eine Zehnerkette, äh, phasenweise. Und, ähm, ja, am Ende, in der Nachspielzeit, dann, äh, durch Paco. Ähm, allerdings auch sehr nett vorbereitet von Sancho und Piszczek, glaube ich, war es dann, der da querlegt. Paco kann einschieben, 2-0 war mein Tipp. Drei Punkte, danke. Will einer was sagen. Auch nicht. Ja, Boti. Doch, dazu kann ich tatsächlich was sagen. Ähm, ja, ich glaube, man hat gesehen, dass sich der BVB ein bisschen schwerer getan hat. Ja, weil Freiburg nicht gewinnen wollte, sondern sie wollten auf 0-0 spielen. Ähm, eigentlich ein bisschen überraschend. Ja, aber auch als Dortmund schon 1-0 führte, auch in der zweiten Halbzeit, hatte ich das Gefühl, Freiburg will das 1-0 verwalten. Das war total komisch. Ja, es wirkte auf mich so, als ob sie extrem Köttel in der Hose hatten. Ja, sie hatten keine Lust, wie es anderen Mannschaften ergangen ist, vier oder fünf Gegentore zu bekommen. Das hat man halt das ganze Spiel gesehen. Auch dann am Ende haben sie nicht wirklich viel versucht. Und, ähm, da hat sich der BVB schwergetan. Ähm, werden wahrscheinlich jetzt mehrere Gegner gegen Dortmund so agieren, befürchte ich. Oder was heißt befürchte ich, aber, ja, war von Freiburg katastrophale Vorstellung. Ähm, auch wenn sie natürlich nicht die Mittel haben, wie andere Vereine haben. Dortmund hat halt das gemacht, was eine Spitzmannschaft machen muss. Ist nicht gestolpert. Ähm, hat drei Punkte mitgenommen. Und, ähm, das ist oftmals dann entscheidend, dass du solche Spiele auch gewinnst. Ja, ja. Ja, ähm, ja, wie gesagt, sonst will keiner. Also machen wir weiter mit Stuttgart-Augsburg und da fängt der Fabian an. Ja, ich muss mir nur nochmal kurz aufmachen. Alles klar. Bolti. Ist jemand das vorbereitet? Ja, natürlich. Wie immer. Fabi, du bist so unprofessionell. Also ich kann es zu Stuttgart-Augsburg auch nicht sagen. Ich habe nur ganz kurz irgendwie so überflogen bei alle Spiele, alle Tore, als das im Hintergrund lief. Und, äh, kam mir sehr unspannend vor. Und, äh, ja, Stuttgart gewinnt. Ich glaube, ich habe sogar auf Stuttgart auch getippt. Bin mir gar nicht sicher. Äh, ist mir jetzt irgendwie vom Hören im Hintergrund nichts in Erinnerung geblieben. Also was, wenn ich mich noch erinnere, kann das Lute bei dem Tor nicht wirklich gut aussah. Leider, spät zu sehen. Das ist aber ein Problem. Ja, ich übernehme. Definitiv. Bolti. Ja, äh, das Spiel war, zumindest das, was ich gesehen habe, fürchterlich. Ähm, war richtig schlecht. Ähm. Hat, war eigentlich so typischer Zweitliga-Fußball. Äh, viele Zweikämpfe. Viele auch harte Zweikämpfe. Wenig spielerisches Niveau. Viele lange Bälle. Ähm. Kein Fußball, den man sich jetzt angucken sollte, wenn man auf Kurzpassspiel steht oder auf Umscheidspiel steht. Ähm. Wie gesagt, war ein schlechtes Spiel, am Ende gewinnt halt eine Mannschaft. Pfff, ja. Ich will nicht sagen unverdient, aber, ähm. Es lag gerade an den Torhütern. Ja, das, was ich gesehen habe und auch die Statistiken, äh, sprechen schon eher dafür, dass ein Unentschieden schon näher gerechter gewesen wäre, aber, ähm. Äh, ein 0-0 hätte zu dem Spiel vielleicht gepasst. Ja. So, wie es war. Äh, definitiv. Wir haben in der Vergangenheit oft darüber geredet, dass, ähm, ne, Stuttgart gucken muss, ähm, ja, dass sie da den Anschluss halten zu Nürnberg, äh, etc. Und haben gesagt, weil, äh, welche Mannschaft wird denn von oben jetzt noch runterrutschen? Äh, maximal werden sich noch Leverkusen und Gelsenkirchen zu dem damaligen Zeitpunkt von unten, äh, verabschieden. Nun ist es aber so, und da müssen wir auch über Augsburg reden, ähm, da ist jetzt auch nicht mehr so viel los in den letzten Wochen, oder? Nein, wir haben nachgelassen. Ja, haben sie, ähm, das betrifft auch nicht nur Augsburg, ja, sondern, sondern auch Mainz und die Grünen. Ja, Mainz, 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 finde ich nicht, hat jetzt nicht nachgelassen, aber, äh, zu der Mannschaft, zu der, weil es nächstes kommen, die heimgespielt hat, die hat auch extrem, äh, nachgelassen. Mhm. Aber Augsburg hat die letzten drei Spiele verloren, ähm, gegen Nürnberg zu Hause auch nur 2-2 gespielt, also vier Siege in Serie nicht mehr gewonnen. Und vier Siege in Serie nicht mehr gewonnen? Äh, vier Spiele? Sorry, äh, vier Spiele in Serie nicht mehr gewonnen. Tendenz geht nach unten und jetzt hast du halt, ich sag's jetzt einfach mal so, Spiele gegen Mannschaften, die auf Platz 11 und 12 stehen, also erst gegen, erst gegen die Pillen und dann gegen, ähm, Gelsenkirchen. Die, wenn sie, wenn du Pech hast, verlierst du beide, dann ziehen die auch weg und dann hast du halt, äh, am Ende noch, äh, die Hertha und Wolfsburg, also. Also, das könnte, könnte richtig brutal werden, ja, ähm, dass sie da nicht mehr viele Punkte holen werden. Und das, obwohl, letztes Jahr hatten die, glaube ich, eine extrem gute Defensive. Ähm, dieses Jahr haben schon 22 Gegentore, 20 geschossen. Und meiner Meinung sind sie halt weiterhin extrem abhängig von, äh, Alfred Finn Burgesson. Ja, ja. Definitiv. So, möchte noch einer zu dem Spielwort sagen. Ich kann auch so noch was sagen, ja. Oh! Also, wie Bortles, es war kein schönes Spiel, was aber auch zu erwarten, aber... Wie wäre Bortles? Naja, egal, was in Reden. Feststehen, das ist halt Überlebenskampf, dass da unten keiner richtig reinrutscht. Bei Augsburg wird's jetzt richtig gefährlich, wenn die nicht aufpassen. Also, wirklich Leverkusen und Schalke, auch wenn sie festhängen, sind immer noch starke Gegner, die super Spiele haben und wenn die mal ihre Form finden, werden die auch gegen Augsburg locker gewinnen können. Das heißt, Fabi, 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 das heißt, du sagst, Gelsenkirchen ist eine Mannschaft, wo sich die Spieler noch steigern können in der Form, von der Form her. Ja. Welche? Okay. Hast du da mal einen Namen? Na, von dem ich enttäuscht bin, im Kader von Schalke, kann ich den gerne nennen. Gelsenkirchen, ja. Gelsenkirchen, ja. Ja, ja, nimm mal ein paar Jungs. Also, natürlich, Rudi, natürlich eine pure Enttäuschung, das ist ganz klar. Ja, das ist mal nun keine Enttäuschung, mal zu erwarten. Weiter, komm. Von Ljanka erwarte ich eigentlich noch einiges mehr. Hatte der nicht Verletzungsprobleme immer mal wieder, oder was war da? War da nicht jemand? Ich glaube schon, hat doch nur fünf Einsätze in der Saison. Ja. Dann finde ich auch McKinney, der ist stagniert momentan, ganz schön, der hat dann das bei Entwicklung, aber jetzt bleibt er einfach stehen. Der ist jung, der ist jung, also, ganz ehrlich, nehmen wir mal. Das könnte auch mehr leisten. Ja, und generell der ganze Sturm, wenn man sich schaut, der beste Stürmer hat zwei Tore, der Glückwunsch. Ja, aber was für Stürmer sollen auch Tore? Warte, warte. Also, von Marc Ute hätte ich jetzt schon mehr erwartet. Ja, aber was soll der denn machen, von einem 16er den Ball nehmen und dann nach vorne Solo-Ole-Ole und dann das Ding einschieben, oder was erwartest du? Er kriegt halt nicht mehr wie ein Hoffenheim. Du kriegst da nichts, ja. Das ist richtig. Und McKinney? Ja, aber du erzählst ja gerade, genau, du erzählst ja bei einzelnen Spieler an. Du sagst ja, einzelne Spieler enttäuscht nicht. Und so ein McKinney ist ein junger Bursche, ich weiß nicht wie, also nehmen wir mal den BVB, so ein Sancho zum Beispiel, der kann auch da blühen, weil er halt, keine Ahnung, ganz andere Spielertypen neben sich hat und dann auch viel besser zur Geltung kommt. Und zum anderen Ball läuft es auch gerade bei Dortmund, das heißt, es ist noch viel leichter zu spielen. Sicherlich, die Leichtigkeit hast du noch dazu. Aber so ein McKinney oder so, der braucht eigentlich ein gefestigtes Team um sich rum, ja, wo der dann halt seine Rollen übernehmen kann und daran wachsen kann. Aber ganz ehrlich, in so einem Team mit dieser Kaderzusammenstellung, ich weiß, ich mache jetzt gerade wieder den Maul auf und jetzt ist am Wochenende Derby und die hässlichen gewinnen dann durch so ein Stolpertor oder Naldo in der 94. Ja, ist ja immer so, aber ich sehe diese Qualität in diesem Kader nicht und ich sehe auch erst recht und ich kann mich dann nur nochmal wiederholen, ich sehe kein anständiges kreativ zentrales Mittelfeld. Ja, ich sehe nichts irgendwie, Konoplyanka ist ganz nett von der Seite, aber das war es dann auch. Wer soll denn den Stürmern die Dinge auflegen? Was ich sehe, sind irgendwie gefühlt acht Mittelstürmer. Ja, und ich brauche keine acht Mittelstürmer, wenn mein taktisches Konzept so aussieht, dass ich den Ball von hinten nach vorne ballere, in der Hoffnung, Burgstaller kriegt den Ball irgendwie anständig mitgenommen und lege den dann ab. Schießen lassen will ich nicht. Auch das tut mir weh. Ich weiß genau, am Samstag haut der Burgstaller drei Dinger rein. Aber das ist mir jetzt scheißegal. Das ist kein Goalgetter. Ich finde ihn nicht schlecht, weil er, ich finde, er wird oft unterschätzt und belächelt. Er ist ein Malocher und er hat tatsächlich in meinen Augen auch Technik. Aber heilige Scheiße, ich würde den, also was den Abschluss angeht, ist das eher beim FM so im 9-10-Bereich. Wenn überhaupt. Ja. Und du brauchst da wirklich, also ich sehe da keinen Mittelstürmer, wo ich sage, uh. Also der Uth, schön und gut, ja, hoho. Aber dann brauchst du Zubereiter. Ja, und wo sind diese Zubereiter? Rudi, McKennie, das sind keine Zubereiter. Das sind auch eher welche, gerade McKennie, die im defensiv, ähm, zentralen Defensiv-Mittelfeld-Bereich abräumen sollen. So. Wer macht denn da bitte den Spielmacher? Wer ist der Kreativspieler? Sei es jetzt zentral oder auf den Flügeln? Herr Ried? Ich wäre einer, aber der ist momentan nicht so gut wie er letztens. Da muss ich aber reinkriegen, Rudi. Weil, hat der Heide nicht gesagt, Rudi soll der Spielmacher von Gelsenkirchen werden? Ja, dann ist doch alles gesagt. Ja. Entschuldigung, wenn sie Rode noch kaufen, haben sie noch einen Spielmacher mehr. Den hätten wir noch angehören. Da gibt es übrigens Gerücht, dass er zurück nach Frankfurt geht. Fände ich gut. Ne, tut mir echt an dieser Stelle leid, aber Ried ist interessant, ja. Ried ist aber auch einer, der gerne mal auf eigene Kappe spielt. Ne, und er hat, kann dribbeln, er hat die Technik, alles gut, äh, aber er ist jetzt auch nicht einer, wo ich sage, boah, der hat aber hier Augen, ne, für seinen Mitspieler. Und da fehlt es mir einfach. Ich seh da nix. Wenn sie jetzt noch so einen Weltklasse-Meyer hätten, nein, komm, jetzt wird's albern. Ähm, ne, sorry, also da ist für mich die Kaderplanung, ähm, ich hab's vor der Saison in Bulli-Check gesagt, ich hab sie da getippt, wo ich sie getippt habe. Und so langsam nähern sie sich auch diesem Platz, ist noch ein bisschen Luft, aber, ähm, ich bin gespannt, ja, und wenn die Saison endet, hab ich das Gefühl, dass ich mir auf die Schulter klopfen kann und sagen kann, die hab ich wenigstens richtig eingeschätzt. So, mehr ist da nicht. Aber gut, jetzt ist Derby und dann können sie über Kampf kommen und das werden sie auch. Und alle, die sagen, äh, Dortmund wird der Derby locker gewinnen, nein. Der Derby ist wieder ganz anders. Ganz genau, Derby ist komplett was anderes, ja, und da haben die so einen Krüppel-Naldo. Der hat von der Mittellinie im Freistoß direkt in den Knickballat oder so einen Scheiß. Und Burgstaller trifft dreimal, ja. Ist egal, komm, da werden wir dann nächste Woche reden. Vielleicht sogar mit dem, äh, Herr Sellers dann, äh, seines Zeichens, äh, Gelsenkirchen-Fan. Und dann, äh, geht's hier richtig ab, Freunde. Das wär lustig. Das wär lustig, ja, aber wir haben, glaub ich, ja schon mal letztes Jahr, glaub ich, geplant, dass er dabei ist und, äh, ne, er schläft ja, glaub ich, bis, oft bis 23 Uhr. Ist der nicht in der Gastronomie? Ist egal. Ähm. Nee, der studiert, glaub ich. Ach du Scheiße. Ja. Aber nicht in Gelsenkirchen, ne? Da gibt es in Gelsenkirchen. Äh. Du hast mich vergessen. Ja, wo? So. Wo waren wir? Ach so, ja, hier, Stückstadt Augsburg sind wir durch. Ähm. Fabian war auch schon angemault. Äh, machen wir, äh, und jetzt kommen wir zum Bolti. Der Bolti hat gesagt, ja, kommen wir zu den nächsten Mal. Und hier auch ein bisschen, ja, ist ja stotterig, ne? Bremen-Bayern ist stotterig. Aber, ähm, ja, witzigerweise, ich fang mal einfach an. Bremen-Bayern, ich, äh, hab da jetzt auch nur eine intensive Zusammenfassung gesehen. Ja, weil mehr muss ich da auch nicht haben. Ja, das zweite Ding von, von Gnabry war ein richtiges Stolperding. Ja. Ähm. Hat er so, wie wir das Schienbein noch berührt oder so. Ja, ja, der Gegenspieler dran und dann tickt der da vom Bein, Bein und dann geht der da irgendwie, äh, ganz komisch. Ähm, ja, Bayern war besser. Ähm, Bayern hat einen Elber nicht bekommen. Und für mich ein Paul an Ribéry. Ja. Darf man auch mal erwähnen? Ja, ich dachte mir, das erwähnst du einfach mal. Damit auch, äh, die bayerischen Fans hier ein bisschen besänftig werden. Ähm, ja, Gegentor, äh, was war das denn? Äh, Neuer? Also, äh, Neuer sah da ganz gut. Ja, du warst Neuer, ich weiß. Äh, Neuer? Erfahre ich mit seinen Torhütern, ey. Also, Neuer sah nicht gut aus, aber was machen denn Innenverteidiger? Ja, richtig. Gar nichts. Wir stehen da auch rum und denken so, mäh. Nee, wenn du, boah, Teng hat sich irgendwie vom Ball da weggeduckt. Das sah auch witzig aus. Na, wenigstens etwas. Ja, dann, wie gesagt, dieses Rumpeltor zum 2-1. Was? Nicht mein Gesicht? Rumpeltor zum 2-1. Äh, nochmal, verdienter Sieg. Aber Bremen hat versucht. Bremen hat eigentlich genauso gespielt wie alle Mannschaften davor gegen Bayern auch. Ja, nur, wie gesagt, bei den anderen Mannschaften gingen die Dinger irgendwie unhaltbar oftmals rein. Äh, bei Bremen nicht. Ja, und, 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 ja, vielleicht ein bisschen zu wenig. Ansätze waren da, aber diese Torungefahr, die Bremen wirklich in den letzten Wochen entwickelt hat, ist schon ein bisschen erstaunlich. Und da wird sich, äh, der Bolti jetzt bestimmt einklinken und sagen, jetzt wäre der Übergang gewesen, Bolti. Und sagen, dass sie seit fünf Spielen nicht mehr gewonnen haben. Das kommt dazu. Ja, seit dem 6-2 gegen Leverkusen zu Hause lief es nicht mehr. Gegen Mainz verloren, gegen Gladbach verloren, gegen Freiburg auch nur unentschieden. Jetzt gegen, ähm, gegen die, ähm, gegen die Bayern München auch nur verloren, äh, auch verloren. Und du sagst uns jetzt, warum? Ja, schwierig. Äh, ich glaube einige, hier, könnte man das aufgreifen, was der Fabi gesagt hat, performen aktuell so ein bisschen unter. Ja, äh, um das mal, um da mal zu nehmen, äh, Davy Klaassen. Ich glaube, der kann wesentlich mehr, als das er bislang zeigt. Ähm, Max Kruse ist nicht wirklich eingebunden aktuell. Beziehungsweise trifft er halt das Tor nicht, äh, wie er es in der letzten Saison gemacht hat. Ähm, auch zum Beispiel, ähm, Maximilian Eggestein hat in den letzten Spielen, nicht mehr so gut gespielt wie am Anfang der Saison, äh, wo sie mir Siege geholt haben. Ähm, zwischenzeitlich, äh, hat dann, ähm, auch, oder ein Spiel gegen, gegen Bremen, äh, Quatsch, gegen Leverkusen hat Moisander gefehlt, der ist jetzt wieder gesperrt. Ähm, ich habe, äh, letztens mit einem Werder-Fan gesprochen, ähm, auch wenn der schon 33 jetzt ist. Ähm, was heißt das denn? Bitte? Ach, Moisander ist 33, ich habe den Werder-Fan. Somit der, somit der wichtigste Spieler in der Abwehr. Äh, auch Nuri Sahin ist meiner Meinung nach noch nicht in Bremen angekommen. Ähm, auch, 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 naja, die zweite Neuverpflichtung, Harnik, ähm, habe ich noch gar nichts von gesehen. Ähm, deshalb hängen sie so aktuell so ein bisschen, bisschen durch und können nicht an den Spielen anknüpfen, die sie am Anfang der Saison gezeigt haben. Und dann ist das auch so, wie du gesagt hast, ja, jede Mannschaft in den letzten Wochen trifft mit jedem Torschuss gegen Bayern. Bremen schafft es nicht und, äh, bin gespannt, ähm, was Bremen so in den nächsten Wochen reißen kann. Ähm, welche Tendenz das weitergeht, weil mit 18 Punkten hältst du die Liga nicht. Und, ähm, sie haben vor der Saison... Oh, 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 okay, ja. Das war da durchgerechnet. Äh, nee, 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 aber ich, ich finde auch, er geht ja jetzt davon aus irgendwie, dass die, äh, ja gar nicht mehr punkten, ne, oder? Also, ja, warte, ähm... Ähm, die haben gesagt, sie wollen international. Genau, genau, sie wollen international. Na, da müssen sie sich ordentlich steigern, haben jetzt, spielen jetzt am, äh, Freitag, also morgen, also heute, glaube ich, wenn die Folge kommt, gegen Düsseldorf. Da sollten sie tunlichst gewinnen. Nichtsieg. Ähm, weil die letzten drei Spiele spielen sie in Dortmund gegen Hoffenheim und in Leipzig. Also, ich glaube, da gibt es aktuell leichtere Mannschaften. Und, äh, würde mich auch nicht wundern, wenn sie da irgendwie dreimal verlieren. Ah, und dann gehst du, ähm, ja, vorausgesetzt, du gewinnst gegen Düsseldorf morgen, gehst du vielleicht mit drei Punkten dann noch, äh, in den Winter. Unter Umständen, man weiß es nicht. Und von hinten kommen vielleicht noch ein, zwei Mannschaften, die vielleicht noch ein paar Siegel mehr holen. Dann bist du vielleicht schon, nehmen wir mal an Platz sechs aktuell, weil Platz sieben ist ja dann, äh, Nations oder Euroleague 2 bald. Ähm, ähm... Ja, dann ist es 2020, ne? Ja, 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 irgendwie so. Er wollte sich aber nicht nehmen lassen, den Scheiß zu erwähnen. Ja, 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 ja. Äh, könnte schon sein, dass du dann sechs, sieben Punkte zurück bist. Ja, bis der Zehnter, Elfter. In der letzten Saison-Rückrunde haben sie die aufgeholt, so ein bisschen. Äh, waren sie, glaube ich, Sechzehnter, aber du kannst nicht jedes Mal in der Rückrunde... Davon ausgehen, dass du dann richtigen Lauf hast, ne? Genau. Ja. Ja, und zur Trauer der, äh, vielen Hardcore-Bayern-Fans ist natürlich auch zu sagen, dass, äh, Kovac sich auf Zeit erstmal gesichert ist jetzt wieder, ne? Also, äh, du musst doch schauen, dass er bis zum Saisonende den Abstand auf Dortmund nicht zweistellig werden lässt. Aber ich weiß nicht, wie ist das Programm von München jetzt noch zum Rest? Naja, die Rückrunde wird genauso sein wie die Hinrunde, nur andersrum. Hahaha. Ne, die Bayern spielen jetzt noch gegen, bopp, 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 bopp. So, unten haben wir es, Nürnberg, Hannover, Leipzig und dann in Frankfurt. Ja. Normalerweise zwei Spiele, die sie auf jeden Fall gewinnen müssen. Ja, müssten, ja, und zwei, die knifflig werden könnten. Ja. 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 Aber, aber lass dir mal gegen Nürnberg sprechen und dann schauen wir, was in München los ist. Hm, nichts. Doch, also, wenn sie gegen Nürnberg keinen Dreier holen, dann da war es nicht. Also, sollte der Tabellenabstand zum ersten zweistellig sein, fliegt Kovac. Ich glaube nicht. In der Pause. Ich glaube nicht. Wen willst du denn holen, verdammt? Wen willst du denn holen? Das ist die große Frage. Die holen einen alten Mann in Asenbänger nach München. Das bezweifle ich. Nein. Aber, ich meine, dann hätten sie dann Platz vier sicher. Ich meine, mehr als Platz vier nicht. Mehr als Platz vier schafft der Bänger nicht? Ja. Wir müssen ja in Asenbänger... Hey, da ganz andere... Ja, aber ist doch ganz andere Voraussetzung da bei den Inselaffen. Da hast du ja auch eine ganz andere Konkurrenz. Echt gesagt, ich glaube nicht, dass Kovac gehen wird, weil ich eigentlich der Meinung bin, dass Kovac ist ein Teil des Problems, aber nicht das Hauptproblem. Nein. Das ist ein Hauptproblem in der Führungsetage. Das... Höhen ist. Höhen ist. Das bezweifle ich persönlich auch nicht, ja. Ja, wie gesagt, Bayern, ich kann es nur noch mal sagen. Irgend war das nicht. Nein, und wie gesagt, es gab auch wieder diese Szenen im Spiel, wo sie was zugelassen haben, ne? Ja. Und das zieht sich ja schon die ganze Zeit. Und Pafi wäre ja jetzt... Wäre er denn jetzt hier, würde er wahrscheinlich dann auch wieder sagen, aber das war in der letzten Saison auch schon so, bis Heinkes dann übernommen hatte. Ähm, und dann wurde es dann ein bisschen solider, ne? Nicht wirklich schöner, aber es wurde solider. Ja, und diese Saison ist es wirklich noch ein bisschen extremer, ne? Dass da wirklich auch die Innenverteidiger irgendwie... Boateng. Ja, ich weiß nicht, ob Boateng keinen Bock mehr hat, ne? Da war ja vor der Saison irgendwie so, wechselt der, wechselt der nicht. Ich habe gesagt, er hat ein bisschen angepisst, vielleicht hat er in Paris durfte. Möglich. Oder er ist einfach drüber. Ne? Also es gibt auch Fußballer, die irgendwann mal das Alter erreichen, wo du denkst, irgendwie, okay, das war's. Habe ich jede Saison bei Piszczek? Habe ich jede Saison bei... Seit vier Jahren oder so, sage ich bei Piszczek irgendwie, ah, der ist durch. Ist aber okay, äh, lange... Und dann kommt der auf einmal trotzdem wieder. Na, dann ist der wieder da und ballert dann einen in den Knick. Oder? Letztens auch wieder. Und ich dann denke, äh, vielleicht ist er doch noch nicht durch. Ganz komisch. Ja. Ähm, gut, Bremen, Bayern haben wir durch. Hannover, Berlin, kann ich wieder mal nix zu sagen. Wer möchte? Boateng vielleicht als Hannoveran, also Halb-Hannoveran. Das Spiel war fürchterlich. Ähm, am Ende verdient der Sieg für Berlin. Fußballerisch, äh, wahrscheinlich noch auf einem schlechteren Niveau als Stuttgart gegen Augsburg. Das war so schlecht. Ähm, bei beiden? Ja. Ich fand, beide Mannschaften waren fußballerisch unter aller Sau. Gut, von Berlin unter Dardai kann man noch nichts erwarten. Aber auch Hannover, ähm, war schwach. Ähm, verdient der Sieg für Berlin. Und dabei sollte man es bei diesem Spiel belassen. Beides Mannschaften, die in dieser Saison aber durchaus auch schon gezeigt haben, dass sie Fußball spielen können. Bei Berlin bin ich sogar noch überraschter gewesen als bei Hannover. Aber auch Hannover ist jetzt die letzten Wochen, äh, man hat so das Gefühl, sie wollen gerne wieder zurück, ähm, ja, weniger mitspielen und dafür versuchen es irgendwie wieder so die letzte Saison zu regeln, oder? Ja, definitiv. Und das klappt nicht? Nein, klappt nicht, ähm, weil einfach der Kader im Gegensatz zur letzten Saison deutlich schlechter besetzt ist. Heißt das, im Winter wird man sich nochmal einige, ähm, Defensiv-Einheiten, äh, einführen, um, 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 äh, um, äh, um, äh, in der Rückrunde dann vielleicht doch defensiver äh, zu agieren? Äh, ich glaube nicht. Ich glaube, dass er, äh, ich glaube, dass Martin Kind, äh, den Trainer entlassen wird. Nach der Hinrunde. Und, ähm, dann mit einem neuen Trainer hofft, äh, dass der Kader gut genug ist. Weil ich glaube, dass, wie gesagt, Martin Kind hat keine Ahnung von Fußball. Ja. Ähm, also das ist ja. Ist das Breitenreiter der Nächste? Breitenreiter wird, sollte er bei dem Programm, was er jetzt noch hat, nicht da noch irgendwie sechs bis neun Punkte holen. Das Spiel gegen Mainz, gegen Bayern. Dann Freiburg und der Düsseldorf. Ja, Mainz, Freiburg, Düsseldorf, müssen sie punkten. Ja. Sollten sie tun nichts, eigentlich sechs Punkte holen, schafft er das nicht, ist er einhundertprozentig weg. Ja, muss ich Bolte ausnahmsweise mal zustimmen. Den Punkt wollte ich nämlich auch noch ansprechen. Also, bei dem Programm müssen Punkte her, sonst, ja. Dann muss ich einen neuen Job suchen. Ja, aber, äh, was für... Warum darf ich jetzt Frage, wen wollen sie holen? Ja, ich wollte gerade fragen, äh, du, du denkst, dass die dann aber keinen Trainer holen, der sagt, jo, hier, ähm, die Null steht, sondern wirklich einen, der dann auch wieder mitspielt. Ja, was denn nun? Ne, sie werden sich einen Trainer holen, der... Ist der Keller nicht frei? Ne, der ist bei Ingolstadt. Der ist bei Ingolstadt. Ja. Der zu dieser, ich sag jetzt mal, Philosophie von Martin Kind passt. Also doch dann wieder nächste Saison, äh, nächste Saison, in der Rückrunde Defensive agieren. Ja, definitiv. So wie es 96 jetzt auch schon wieder macht. Äh, mittlerweile ja, aber das klappt ja noch nicht, ne? Das heißt, du holst jetzt so einen Trainer, der auch erstmal, äh, die Defensive im Blut hat und, äh, dann im Winter, äh, defensive Trainingseinheiten bolzen, ne? So, dass das erstmal wieder passt. Ja, schade, schade. Ich hab, äh, Anfang der Saison Hannover-Spiele tatsächlich, äh, ohne mich selber zu übergeben, äh, bocken können, ne? Und sogar Berlin-Spiele waren aus, ne? Ja, die Punkte blieben definitiv aus und Paffi und ich haben's ja oft gesagt, äh, schade, dass sie sich da nicht belohnt haben für diese Spielweise und jetzt sitzen sie da unten und jetzt musst du umdenken, ja. Äh, auch Berlin hatte Spiele dabei, wo es tatsächlich mal, ja, ne? Dass du, ich kann's doch nochmal sagen, dass du wirklich nicht Gefahr liefst, äh, an deinem eigenen Erbrochenen auch zu ersticken, ne? Weil du es so eklig fandest. Äh, auch Berlin hatte ein paar Spiele dabei, wo du gesagt hast, hey, das ist der Fußball. Welchen Trainer haben die denn? Das ist ja nicht der von, von der Saison. Doch, er ist wieder da, äh, immer noch da. Gut, wenn da jetzt nichts mehr zu sagen ist, äh, dann machen wir mal weiter, denn jetzt wird's interessant. Hoffenheim gegen Jelsenkirchen. Das ist ein komisches Spiel. Ja, gut, dass ich das da nicht alleine so sehe. Ah, er muss sich angucken, das ist richtig gut. Ja. Mach mal, also, der Anfang, Hoffenheim, richtig, äh, aktiv, richtig agil, hat ein richtig Bock. Ähm, und dann geht's los. Die erste Elber-Szene. Ähm, wenn dann irgendwie von rechts, ich weiß gar nicht wer, ähm... Ich hab auch gar nicht mehr alle im Kopf, weil zu viele waren. Ja, äh, versucht da rein zu flanken, der Ball tickt vom grätschenden Gegenspieler, also vom grätschenden Hoffenheimer, irgendwie vom Oberschenkel an den Arm. Ähm, und, äh, es wird entschieden, kein Elber. Aber es wurde erst gepfiffen, dann in der Videosteerie hat er dann gesagt, kein Elber. Der war, hat er eingegriffen? Bist du dir 100% sicher? Ich kann mich noch daran erinnern, das war die erste, äh, von 1000 Rudelbildung. Hm. Ähm, dann hab ich noch bei Sky gesagt, da ist eine neue Spielsituation, ist da den Ball am Oberschenkel berührt, dass es keine direkte Handbewegung ist, das ist kein Elfmeter. Ja, ich kann mich noch genau daran erinnern, wie dieser Experte da das genau erklärt hat. Ja. Als ich die Szene zum ersten Mal gesehen habe, dachte ich direkt, ja, Elber, ne, was hat der Arm denn die Strecke nach oben da zu suchen? Und erst dann in der Zeitung habe ich gesehen, dass der Ball ja vom Oberschenkel, äh, vom, vom Oberschenkel des, äh, grätschenden Spielers da dann, ähm, ja, aus kurzer Distanz an den Arm tickt und dann ist mir das egal. Und das wurde, der von mal später gesagt, dann ist es kein Elfmeter. Ja, finde ich dann auch, äh, fand ich dann tatsächlich richtig. Ja, die anderen beiden haben es nicht gesehen. Wir machen einfach mal weiter, Fabi. Äh, bei der zweiten Elfmeterszene, das fand ich schwer. Da gab es ja dann eine Elber. Ja, da gab es den Elber, der zum Hoffenheim, äh, zur Hoffenheimer Führung führte. Das fand ich kurios, ne, weil irgendwie war das, äh, am Anfang Kudelmuddel und dann sprang neben dem Hoffenheimer, glaube ich, auch schon der Ball an die Hand, äh, vorm 16er irgendwie, dann liegt der da irgendwie und will den Ball da irgendwie noch mal spielen und dann, äh, also, pfff, das fand ich schwierig. Ja, äh, der, der Gelsenkirchen hatte dann den Arm ein bisschen ausgestreckt, ähm, aber es ist auch wieder kurze Distanz. Ähm, also ich, ich hab mich da für mich selber festgelegt, schwierig, den zu geben oder nicht zu geben, aber zu Recht, fand ich, äh, war es so, dass der Videoschiedsrichter nicht eingegriffen hat. Na, weil es einfach keine klare Fehlentscheidung war. Genau. Es war, man konnte ihn geben, aber man muss ihn nicht geben. Ja. Also beide Seiten kann man vertreten, solange man es der Linie dann hält, ja. So seh ich das auch, ja. Und die dritte Elber-Szene, ja, die anderen beiden wundern sich gerade, ähm, die dann zum Elfmeter für, äh, für Gelsenkirchen führte, äh, für mich ein klares Foul. Ja. Ja, also, ich hab ja vor ein paar Wochen hatten wir schon mal eine ähnliche Szene. Ja, wenn du läufst, ne, das kann ja gerne jemand, äh, alle, die jetzt gerade zuhören können, das ja mal nachstellen. Fangt mal an, voll zu sprinten und ein Kollege von euch läuft hinter euch her und berührt euch leicht seitlich an einem Bein, ja? Du fliegst. Du fliegst sowas von. Das ist der Tag, an, das ist der Tag, an dem euch jeder nur noch, äh, ja, bei dem Namen, der mit dem Gesicht bremst, nennen wir. Du fällst auf die Schnauze, hä? Ja, und für mich ist es im Prinzip egal, wo ich den Gegner treffe, wenn ich ihn da treffe, hab ich mich blöd angestellt, ja, das kann ich auch von der Seite, von vorne, von oben, von unten, ja, aber wenn ich von hinten komme und den, den Laufweg kreuze und ich tuschiere ihn und der fällt auf, dann ist es für mich ein Elfmeter, weil es ein Kontakt ist und ich hab mich da blöd angestellt. Ähm, und du bist dafür verantwortlich, dass der Gefallen ist, auch wenn es in der Leichtbewegung war, es reicht einfach in diesem Tempo. Ja. Ja. Und, äh, dann geht dieses komische Spiel 1-1 aus. Das auch nicht berauschend war das Spiel, ne? Also, ich fand's auch nicht ganz so prickelnd, mit was ich da gesehen hab. So, damit die anderen mal wieder mitsprechen können, machen wir jetzt mal Leipzig-Klappbach. Der Tonno sagt ja eh nichts, der Tonno kommt gleich übrigens an. Wenn ihr jetzt da sitzt und die ganze Zeit sagt, wofür ist der Typ eigentlich da? Kommt gleich. Das hast du Kovac gesagt, den Kovac kenn ich auch noch. Ja, den kennt er auch noch, hä? Tonno kommt gleich richtig in Wallung, pass mal auf. Frankfurt-Voichshock fang ich übrigens an, weil ich hab mir ganz viel davor rausgeschrieben, dann hat der weniger zu... Nein. Alles gut. Äh, Leipzig-Klappbach, ähm, ja, für mich, ähm... Hätte dich drauf untergefreut, ne? Ich hätte auch einen Unentschieden genommen, ne? Also, ich hätte auch einen Unentschieden genommen. Äh, Leipzig zu Hause diese Saison ungeschlagen, für die, die es wissen wollen. Das 1-0 war für mich, aus meiner Sicht, ein ziemliches Stolpertor. Ähm, dann, äh, ja, irgendwie, Gladbach ein bisschen bemühter, aber auch nicht so Halligalli. Ich sag gerne Halligalli, ne? Auch nicht so Holterdiepolter. Ey, da gibt's noch einen Spieler, der heißt Holter. Auch nicht so... Oh, ein Schmetterling. Oh, ein Schmetterling, genau. Ähm, also, Fazit, RB war für mich in dem Spiel die bessere Mannschaft und hat verdient gewonnen. Ja, wichtig für Fabi, ne? Gulaschi, siebenmal jetzt schon weiße Weste. Der hat auch ein paar Dinger tatsächlich gehalten, ja. Also, Stindl hatte irgendwie, äh, zwei Chancen zeitnah hintereinander, als Gladbach da wirklich recht aktiv unterwegs war. Und da war hier der Gulasch-Copp schon, äh, durchaus brauchbar, ja. Olti! Hab's nicht gesehen. Fabi! Also, ich fand's ein souveränen Sieg für Leipzig. Ähm, hochverdient, meiner Meinung nach. Hätte auch noch 3-0 passieren können, aber Werner ist wieder in der Form, wie er, ähm, letzte Saison schon war. Super. Also, so zeigt, wird er auch nicht mehr lange bei Leipzig bleiben. Dann wird er zum Top-Team wechseln. Der wird sich nicht halten können. Ich sehe ihn langfristig auf jeden Fall im Ausland. Wen? Entschuldigung. Wen? Werner. Ah! Im Ausland? Aha. Ja. Ich glaube nicht, dass der in Deutschland bleibt. Der wird, äh, weder nach Spanien oder auf die Insel gehen. Irgendwie passt der für mich da überhaupt nicht hin, aber... Aber ich, aber das ist so ein Geldgeier. Ach, das ist ein Geldgeier? Ich kann mir, ich kann mir gut in England vorstellen. Ah, kennt sie persönlich. Ja, kennt den, kennt den persönlich. Fabi kennt sie alle. Ja, hat sie alle gehabt. Fabi war selber in der Jugend von Leipzig, ist selber in der Jugend von Leipzig groß geworden und da hat er natürlich alle kennengelernt. Dann aber... Ach, dann aber... Nach Chemnitz ist ausgewiesen worden. Wer ist ausgewiesen worden? Fabi? Fabi nach Chemnitz. Ach so. Das wird ganz komisch gerade hier. So, komm. Leipzig, wir haben den Haken ab und jetzt, Freunde, hätte ich einen Trommelwirbel, ja? Er würde jetzt ertönen. Wunderbar. Der Große, der sehr Große, in allen Richtungen Große, einzigartige, unvergleichliche, der Mann mit dem Atme auf der Brust, Volty, äh, Tonno, Entschuldigung, Tonno, leg los, hau raus. Ich habe gestern Montagsspiel nur gesehen, nein. Ach so, ja, natürlich. Das ist meine Zeit. Ja, Frankfurt, Wolfsburg, ähm, durchweg war es ein gutes Spiel von beiden. Ähm, Wolfsburg sehr defensiv gestanden. Frankfurt hat am Anfang ordentlich gedrückt, wie man es eigentlich bisher die ganze Zeit gesehen hat. Ähm, hat aber dummerweise irgendwie Pech vom Tor gehabt. Stellenweise über den Ball getreten, Sachen, die halt sonst nicht passiert sind. Äh, die halt sonst immer glatt gegangen sind. Ich meine, stellenweise hat Frankfurt ja auch Tore gemacht. Da denkst du dir, wer hat der den denn gemacht? Gerade bei Jovic zum Beispiel. Und, Wolfsburg hat, äh, nicht nur defensiv verstanden, sondern Wolfsburg hat das gemacht, was viele nicht gemacht haben. Sondern sie haben, äh, vor allem kämpferisch stark gegen die Eintracht gespielt. Die haben, äh, sind ordentlich in die Zweikämpfe mitgegangen, aber ohne, dass es unfair wurde. Also, es war auch durchweg ein faires Spiel, auch wenn da einige Rudelbildungen während des Spiels waren. Waren halt sehr emotional, das Ganze. Ähm, dann hat Wolfsburg es irgendwie geschafft, äh, Frankfurt zu Fehlpässen zu bringen, die sonst auch nicht der Fall sind. Gerade beim ersten Tor, äh, gerade Gußmann, äh, war dann total im Pressing, geht nach vorne. Das Ginczek alleine stehen in Mittelfeld. Und dann kriegt er mit Ginczek den Ball und kann ihn dann quasi weiterspielen. Und dann kam der von Russ, der im Stellungsspiel auch nicht gerade gut aussah. Und, äh, dann kam das 1-0 zustande. Ähm, dann das zweite Tor war auch wieder ein Fehlpass aus dem Mittelfeld, äh, der auch wieder dann zustande gekommen ist durch den Druck der Wolfsburger. Ähm, ansonsten offensiv waren die Wolfsburger jetzt nicht übermäßig stark, aber sie waren halt in den richtigen Momenten da. Ähm, dann Hauptsicht. Hauptsicht, die Del Coster-Seite war diesmal auch relativ schwach, da lief gar nichts drüber. Alles lief eigentlich über Links über Kostic und Rebic. Ähm, und zum Ende hin hätten sie tatsächlich auch noch das, äh, unentschieden machen können. Auch wenn es nicht nicht verdient gewesen wäre, tatsächlich. Also, ich hätte mich zwar gefreut, aber die Wolfsburger haben sich, äh, durch die kämpferische Leistung an sich den Sieg schon verdient. Ähm, aber mit einem Quäntchen Glück, äh, weil halt viele Sachen nicht so liefen, wie sie sonst liefen, wäre normalerweise ein Unentschieden gewesen. Aber, äh, ich sehe das Ganze positiv. Ich meine, ich habe am 11. Spieltag nach dem 11. Spieltag gesagt, ich bin froh, wenn die Frankfurter nach Ende der Hinrunde 28, 30 Punkte haben. Das war so mein, mein Wunschergebnis. Aber wir haben jetzt 23, wir haben jetzt als nächstes die Auswärtsfahrt nach Berlin, dann kommt Leverkusen nach Hause, dann Rhein-Main-Derby in Mainz und dann zum Schluss zu Hause gegen die Bayern. Ja, null Punkte in vier Spielen. Das sind für mich sechs Punkte mindestens. Uh! Also gegen Berlin und Rhein-Main-Derby gegen Mainz will ich gewinnen. So gegen Leverkusen, äh, kann Albert sein. Je nachdem, wie Leverkusens Tag gerade ist. Das ist ja mal Polterdiepolter, ne? Ja. Ähm, und ja gut, vielleicht kann man auch bei den Bayern überraschen zu Hause. Aber das ist dann auch wieder fraglich. Aber, wie gesagt, äh, die Auswärts-Testfahrt nach Rom. Aber durchweg kann man mit dem Frankfurter Spiel eigentlich trotz allem zufrieden sein. Da waren halt ein paar Fehler drin. Man kann natürlich jetzt als Ausrede nehmen, ja, Donnerstagabend gespielt, dann Sonntagabend wieder gespielt. Äh, eventuell ist ein bisschen die Puste raus. Aber, äh, wenn du da oben mitspielen willst, und das wollen sie ja, dann ist das keine Ausrede. Äh, ein Spiel, das halt unglücklicherweise nicht gelaufen ist für uns und, äh, munter putzen, weitermachen. Doch, jetzt ist es gut. Äh, für alle, die jetzt zu Hause saßen und dachten, am Anfang noch voll euphorisch, jetzt redet der Tonno. Ja, und, ähm, während der ersten 26 Minuten dann irgendwann mal dachten, meine Fresse, ja? Nein, alles gut. Ähm, ich, 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 ich hau mal raus. Pass auf, äh, weil ich hab sehr vieles, äh, tatsächlich auch, äh, so gesehen wie du. Äh, fangen wir mal an. Es gab, äh, ne, 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 äh, Elferentscheidung, glaub ich, die dann korrigiert wurde, ne? Wo dann gesagt wurde, dass es außerhalb des 16ers fand ich... Ja, es wurde nur gepfiffen. Es gab keinen, noch gar keine Elfemeterentscheidung, sondern er hat tatsächlich direkt auf, äh, den Videoschiri quasi angefragt gehabt, tatsächlich. Ja, auf jeden Fall für mich richtig. Ja, war, war, war richtig. Frankfurt, äh, stark in der Anfangsphase. Definitiv, druckvoll, ähm, Wolfsburg sehr verhalten. Äh, ich glaub, Gußmann hat ja auch noch irgendwie den Posten getroffen. Ja, richtig. Ja, irgendwas war da. Und dann kam aber auch irgendwann mal, äh, die, äh, Wolfsburger, äh, durch den schönen Lattentreffer von Weghöchst. War das richtig, Bauti? Du kannst den doch so schön. Äh, klar, ich glaub, die nennen ihn immer Wachost. Wachost, genau. Ähm, und ab da waren auch Wolfsburger, äh, Wolfsburger, waren die Wolfsburger ein bisschen aktiver. Haben ein bisschen was versucht. Äh, war jetzt auch nicht so, dass sie da rumkombiniert haben. Sie haben wirklich, so wie Tonner auch schon sagt, versucht, aus einer stabilen Defensive dann ihre, ihre Nadelstiche zu setzen. Ähm, und, äh, ja, dann, dann die Führung der Wolfsburger. Ja, und dann war das Ding auch schon durch. Denn, Fakt ist, Wolfsburg hat in dieser Saison nach einer Führung alle Spiele gewonnen. Du hättest da also ausschalten können, Tonner. Nein. Nee, definitiv nicht. Ähm, dann gab's nochmal eine Szene irgendwie mit einem Handspiel, wo es auch keinen Elber gab für Frankfurt. Fand ich auch. Ja, das ist aber auch so ein Ding, das musst du nicht pfeifen, finde ich. Ja. Das ist halt, er stützt dich ab, wo soll die Hand hin? Ja, fand ich auch richtig, tatsächlich. Ähm, und ja, dann gab's tatsächlich, äh, eine sehr interessante Schlussoffensive der Frankfurter. Und in der Tat hab ich mir dann auch aufgeschrieben, war mehr drin am Ende für Frankfurt. Der Tonner hat aber gerade gesagt, irgendwie Wolfsburg hat dann auch Frankfurt irgendwie zu Fehlpässen, äh, gezwungen, die man sonst nicht kennt. Sehe ich anders. An der Stelle... Eventuell war es auch mehr unkonzentrierter. Ja, aber... An der Stelle muss ich ganz klar sagen, auch das hab ich in, 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 in anderen Frankfurtern Spielen gesehen. Nur es wurde nicht so bestraft. Und auf der anderen Seite haben die Frankfurter aber auch in, in den Spielen, äh, die ich dann so gesehen habe, durch, ja, ne, hauptsächlich, äh, Alea, der dann irgendwie einen Ball elegant abgelegt hat. Und dann kommt dann irgendwie so ein, so ein Bums irgendwie und der ist dann auch mal drin. Und, äh, also alle Tore waren da jetzt auch nicht. Halligalli. Aber sie haben die Tore gemacht, die Frankfurter, ne. Und haben dann, äh, in, in, in vielen Spielen auch wirklich ganz schön 2-0 vorne gelegen, wo der Gegner dann auch gar nicht mehr irgendwie, ja, anständig mit, mit, mit Comeback, äh, Fähigkeiten, äh, nochmal antworten konnte. So. Wolfsburg geht in Führung. Dann hast du ein ganz anderes Spiel. Insgesamt gesehen, ich hätte, äh, vom, vom, vom Spielverlauf her dachte ich eigentlich, äh, Frankfurt muss halt eigentlich gewinnen. Ähm, aber Wolfsburg hat, ja, nochmal, ne, defensiv gut gestanden, waren bissig, ähm, zweikampfstark und haben dann ihre Situation tatsächlich dann auch genutzt. Also, sehr viel mehr, ich müsste jetzt auf die Statistiken gucken in diesem Spiel, aber sehr viel mehr Chancen, äh, habe ich gar nicht auf dem Schirm bei Wolfsburg. Ja, auch noch ein paar Torschüsse haben wir noch. Oh, die habe ich jetzt nicht gesehen. Die Frage ist, wie viele Torschüsse waren aufs Tor und neben das Tor, ne? Ja, welche waren da auf Verzweiflung oder was weiß ich, ja, ja, ja. Ja, richtig, richtig, richtig. So, will noch einer was zu Frankfurt Wolfsburg sagen? Fabi, Bolti? Ne. Bolti? Mhm. Gut, dann machen wir jetzt mit Wasser, äh, mit, ähm, Fußball in Nürnberg weiter. Ja, also, das war, das war ein bisschen, äh, sehr, sehr, äh, nasser Rasen. Mehr habe ich mir nicht aufgeschaut. Das habe ich gelesen, soll anscheinend fraglich gewesen sein, warum das Spiel überhaupt angewiesen wurde. Ja, aber die Bibi hat sie verteidigt, ja. Ja, bitte wer? Die Bibi. Die Bibi ist ja auch eine geile Sau. Ja, also, dass sie kein weißes Ohrteil anhatte, dann hätte ich immer mal in die Pfütze geschopst. Und dann gesagt, oh, Baby, oh, Baby, Bibi. Ähm, ja, du hast aber gesehen, es gab da irgendwie so ein, ich erinnere mich an so einen langen Ball. Ich glaube, die, ja, Leverkusener spielen einen langen Ball, der eigentlich recht schlampig gespielt war, der auf jedem normalen Rasen Lockheim ins Aus gegangen wäre. Ja, und dann tickt er so zwei, dreimal und plopp, bleibt er komplett stehen, der Ball. Äh, und ich glaube, äh, war es Villarabi oder, oder Volland oder irgendeiner von den Kasperköppen, ne? Da kam man noch an den Ball, hat dann aufs kurze Eck gezogen. Ähm, war, also, ich, ich glaube, da lehne ich mich jetzt mal aus dem weitesten Fenster, aber ich kann es natürlich nicht beweisen, aber ich glaube, ähm, auf einem spielbaren Rasen hätte Nürnberg erheblich mehr Probleme gegen Leverkusen gehabt. Ich glaube, der Rasen kam den, den, den Glubberern durchaus entgegen. Erste Halbzeit übrigens, Stimmungsboilkott, ja, die Nürnberger Tribüne, ähm, oder, ja, die Fantribüne blieb leer, schöne Aktion, wird dann auch endlich mal, äh, ja, über die Medien genauso kommuniziert. Es gab übrigens eine lustige Szene, Dortmund-Freiburg war ja auch Stimmungsboilkott, ne? Also, erste Halbzeit keine Stimmung von der Südtribüne, ähm, und irgendjemand hatte mir geschrieben, er guckt, streamen immer mit englischen Kommentatoren, und die englischen Kommentatoren meinten dann irgendwann mal so während der ersten Halbzeit, äh, this atmosphere here is amazing, äh, every time, Borussia Dortmund plays, äh, home, äh, die haben dann also die Atmosphäre, äh, gelobt, ne? Hä? Also, es war natürlich auch ein Stimmungsboilkott in Dortmund, und, und, das, ja, dann merkst du, dass die da durchaus irgendwie ihr Programm runterratteln, ne? Weil, wenn das schon für die amazing Atmosphäre war, ja gut, Engländer, auch wieder wahr, recht hast du, Bolti, hast du doch gerade gedacht, oder? Hast du gerade gedacht, Engländer, da ist ja eh keine Stimmung. Hast du ja recht, was schnaufst du so, Bolti, was ist los mit dir? Bist du erregt? Nein. Nein, sollen wir das ändern? Nein, da brauch ich ja nur reden. So, nur mit Leverkusen, wer hat, äh, noch eine gute Idee? Was, wenn du redest mit Bolti, äh, komm, Bolti, sag mal zu dem Spiel, hast du was zu sagen? Es war feucht auf dem Platz. Oh, 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 und das lag nicht nur an Bibi! Entschuldigung. Ich dachte, ich dachte, das lag ausschließlich an Bibi. Ja, war eine grenzwertige Bedingung, aber wenn sie spielen, wenn das Spiel dann angefangen wird, sind die Bedingungen für beide gleich, also kein Grund sich dann da aufzuregen. Ich mag diesen Spruch nicht, ich mag ihn nicht, weil es ist nicht, die Bedingungen sind, ja die Bedingungen sind für beide gleich, aber du hast in der Regel im Fußball immer eine Mannschaft, die sagt, ich mach da mal heute defensiv und eine andere Mannschaft, die sagt, ey wir kommen eigentlich über das Spiel, wir kommen über das Kurzballspiel, über Kombinationsspiel und demnach verschieben sich die Bedingungen oder die optimalen Bedingungen haben sich aus meiner Sicht zu den Nürnbergern verschoben, aber gut. Ja, aber wie gesagt, im Endeffekt, wenn das Spiel angegriffen wird, musst du es so nehmen wie es kommt und das Spiel konnte man glaube ich spielerisch nicht viel erwarten, Stimmungsprotest, ja, ich weiß nicht, ob es sich jetzt inwieweit noch mehr hinter steht, außer gegen die Montagsspiele, weil die sind ja glaube ich wieder abgeschafft, ja. Das war gegen die Montagsspiele, ja. Ja, aber ich weiß nicht, wann sie abgeschafft haben. Aber die Montagsspiele sind nur die zweite Liga abgeschafft zu können. Und für die erste auch. Auch die erste auch, okay. Na, erste auf jeden Fall, zweite weiß ich nicht. Aber erst ab, äh, hast du nicht gesehen, ne? 2021, 2020. Ja, die TV-Verträge laufen ja noch. Ja. 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 Und ja, deshalb, 1-1. Ich glaube, Nürnberg kann damit relativ gut leben gegen Leverkusen. Alles weiter, gucken wir mal. Fabi. Ja, so ein schönes Spiel war es logischerweise nicht. Ähm, man konnte jetzt auch nicht gerade mit seinen Fähigkeiten glänzen, da man den Ball jetzt nicht wirklich gut spielen konnte, da er sehr schnell, äh, ja, stehen geblieben ist durch den Regen. Äh, man hätte es auch als Wasserball verkaufen können und man hätte keinen großen Unterschied gesehen, außer dass das Wasser auf einmal grün ist. Und sonst unentschieden, was Leverkusen weiter unten festsetzt, Herrlichs Stuhl weiter, ganz schön wackeln lässt und der darf eigentlich die Mittagpause nicht hersehen, da muss ganz schnell viele... Tanno, willst du noch irgendwas sagen? Da kommt doch nur Scheiße bei rum, da. Weil der Stuhl von Herrlich eigentlich nur in den Medien wackelt. Ja, und bei Fabis, in Fabis Kopf schon seit Wochen. Vorstand oder sonstiges ist das Heiko Herrlich gar kein Thema, das er entlassen werden soll. Ja, man weiß es nicht. Also in Leverkusen geht das durchaus gerne auch mal schneller, aber... Dann ist ja Fabi labert doch nur noch Scheiße, was Wassergrün und äh, 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 ehrlich... Also wenn wir mal beim Thema Trainer sind, ist, äh, für mich tatsächlich Kurven noch gefährdeter als Breitenreiter. In meinen Augen, aber das sieht Beut ihr anders. Aber wir werden mal abwarten, wer in der Hinrunde, äh, nach der Hinrunde raus hat. Weil da war beide. Ja, vielleicht wachsen auch alle Vereine einfach mal die Trainer. Einmal, 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 Trainer runter. Fabi geht zurück nach Gladbach. Ja, genau, guck mal. Der Funkel über dem Dortmund. Funkel über dem Dortmund. Klobatsch kommt nach Frankfurt, ja! Geil! Aber ich, ich dachte, nee, Hoffenheim ist natürlich blöd jetzt, ne? Die versauern gerade ein bisschen in den Plan. Dadai gehen nach Wolfsburg, ich glaube, das tut gar nicht weh. Ich glaube, das merkt man gar nicht, oder? Ja, das merkt man nicht. Boah, da haben wir noch irgendwie. Herrlich nach Gelsenkirchen. Tedesco nach Freiburg, ja. Und Weiß ist Schalke, ne? Das Streich nach Augsburg, könnte auch interessant werden. Herrlich nach Gelsenkirchen. Warum machen wir hier sowas? Ist gut, Freunde. Aber es, es war lustig. Es war für einen Moment wirklich lustig. Ähm. Ja, genau. Wir nähern uns dem Ende der Hinrunde. Ich habe noch im Winter noch gar nichts geplant, aber traditionell gesehen müsste man ja wirklich wieder irgendwie ein Thema aufgreifen, worüber wir uns ja dann nochmal in so einer Special-Sendung irgendwie unterhalten. Natürlich neben Transfergerüchten, die wieder ein bisschen kommen werden. Ich glaube, die Winterpause ist ja gar nicht so lange, oder? Fangen die nicht schon? Ich bin auch auf den Tabellen-Check gespannt. Ja, den Winter-Check, den wird es sowieso geben. Ja. Den Winter-Check, den wird es nochmal geben, wo wir dann halt wirklich gucken, wie viele Abweichungen wir haben. Wer hat die meisten Abweichungen vom Bulli-Check vor der Saison? Wo sind die meisten Abweichungen? Wer nicht gut dabei? Welche Mannschaften sind sehr enttäuschend? Welche Spieler sind sehr enttäuschend? Welche Spieler wieder im Positiven, die uns überrascht haben und so weiter? Das machen wir sowieso. Also das wird definitiv stattfinden. Da freue ich mich auch schon drauf. Weil, ich grob auf den ersten Blick glaube, das könnte gar nicht sein. Frankfurt, glaube ich, Frankfurt ist die größte Abweichung bei allen. Frankfurt könnte auf jeden Fall, ja. Frankfurt sollte. Wolfsburg auch bei einigen. Ja. Ja, Wolfsburg nähert sich in dem Bereich, glaube ich, wo ich sie hatte. Habe ich sie nicht auf elf? Ich weiß nicht. Das wird ja der große Knalleffekt dann, wenn wir den Winter-Check machen. Wie uns aber die letzte Saison gezeigt hat, kann da noch viel passieren. Also ich weiß, dass in der Rückrunde letzte Saison tatsächlich sich noch viel verschoben hat. Ich habe wirklich nur noch ein paar Träuter eingekauft für Fabio und dann... Garantiert, garantiert. Gut, mal doch mal. Jutikowski. Also, wie gesagt, ihr hört es jetzt am Freitag, das heißt morgen. Schön, in den FM kommen. Da wird's Bella Italia. 20, 20, 30? 20, 30, glaube ich. So ab 20, 30, glaube ich. Und da haben wir dann auch, glaube ich, eine gut gefüllte Runde. Ich glaube, der Jack kommt ein bisschen später, aber alle anderen habe ich jetzt... Ich komme auch später. Das ist egal. Aber alle anderen, die wichtig sind... Nein, der Fabi kommt auch später. Der Fabi wird unter Umständen sogar auch streamen. Wir suchen noch einen eigentlich, der vielleicht kriegen wir den Salo noch dazu, der auch streamt. Wir würden gerne, dass Tono, ich machen ja sowieso und das noch zwei weitere streamen, sodass ihr dann über den Multistream vier Leute gleichzeitig verfolgen könnt. Wir haben im letzten Stream leider feststellen müssen, dass es teilweise echt sehr langweilig werden könnte und wäre dann schon mal ganz angenehm, weil einige Leute haben anscheinend mehr zu klicken als andere, wenn man da wenigstens nochmal zugucken kann. Ja, die letzte Runde war schon hart. Die war hart. So, und wir sind jetzt auch hart und sagen... Hart... Hasta... Hasta luego. Harta... Nee, kriege ich kein Wortschritt. Busbauen. Oh Gott. Und die... Irgendwelche letzten Worte. Alles klar. Macht's gut, Leute. Tschüss. 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 Tschüss.